Wie geht es um die Verhinderung eines Attentats während eines großen Gipfeltreffens in Süddeutschland? Und die Protagonistin, die Linda Perrault, ist Polizeibeamtin und leidenschaftliche Schützin. Sie findet lange vor dem Gipfeltreffen eine Munitionshülse, die zu einem Snipergewehr gehört. Sie schöpft da ein bisschen Verdacht oder interessiert sich zunächst mal nur für dieses Geschoss, recherchiert ein bisschen und findet heraus, dass es wirklich um eine Waffe handelt, mit der man aus ganz großer Distanz agieren kann. Und dies verknüpft sich natürlich im zeitlichen Kontext mit diesem Gipfeltreffen mit einem Verdacht, dem sie weiter nachgeht. Ich war 2009 als Polizeibeamter während des NATO-Gipfels in Deutschland eingesetzt, als Obama zum ersten Mal nach Deutschland kam. Und stand an dem Abend vor dem Treffen, vor dieser besagten Brücke, die in dem Völler eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Und habe mich umgeschaut und die ganze Umgebung, die Häuserfluchten gesehen, den Verlauf des Rheins beobachtet und dachte mir, hui, das ist eigentlich nichts wirklich sicher. Und in dieser einsamen Stunde bei Nacht unter dieser beeindruckenden Fußgängerbrücke über den Rhein ist die Idee für diesen Roman geboren. Es gibt zwei Protagonisten in dem Völler. Zum einen die gute, die Linda Pirot, die Polizeibeamtin, die das Attentat verhindert. Und den Böserwichten, der Attentäter selber. Und mit beiden habe ich, würde ich jetzt sagen, wenig bis keine Gemeinsamkeiten. Ich glaube, dass beide vielleicht aus der Summe der Eindrücke und Erfahrungen entstanden sind, die ich als Polizeibeamter gemacht habe. Und auch eben Erfahrungen, die ich als SEK-Beamter gemacht habe. Das würde ich eher verneinen, aber ich kann sagen, dass es mir unheimlich geholfen hat in den Recherchen. Ich hatte mit ehemaligen Kollegen gesprochen. Ich hatte über eine Polizeivereinigung, die International Police Association, Kontakte knüpfen können. Zum Beispiel auch zu einem ehemaligen Mossad-Angehörigen und mich mit ihm getroffen. Und ich sage immer, dass es für mich das realistische Darstellen von Situationen, wo es um Spezialeinheiten geht, insofern einfach leichter ist, da ich weiß, wie es sich anfühlt, in so einer Uniform zu stecken, vor einer Tür zu stehen, wo jemand drin ist, der eine Schusswaffe hat oder eine Handgranate in der Hand hat. Also ich kenne dieses Gefühl, ich weiß, wie diese Menschen miteinander umgehen. Und das hilft mir natürlich sehr. Ich ziehe einfach den Vergleich jetzt zu bekannten oder aktuellen Fernsehserien, zum Beispiel Homeland, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich finde das einfach spannend, dass man nicht so einen großen Wälzer hingeworfen bekommt, 700 Seiten. Plus, Minus, sondern das so episodenhaft lesen kann. Wobei es natürlich dem Leser frei bleibt, das Ganze ein Stück zu lesen. Die Gefahr ist auf jeden Fall relativ groß. Das haben mir erst Leser zurückgespiegelt. Ja, das wollte ich tatsächlich. Ich habe auch, es gibt Texte, wo ich als kleiner Junge schon geschrieben habe, die sich aber selbstverständlich nicht eignen für den großen Markt. Ich wollte das schon immer. Und es gab eine spannende Begegnung mit einem Deutschlehrer zu der Zeit, als ich Schüler war. Und ich ihm diesen Herzenswunsch, Bücher schreiben zu wollen, nahegelegt habe. Und er hat gesagt, du darfst erst ein Buch schreiben, oder du kannst erst ein Buch schreiben, wenn du tausend andere gelesen hast, wenigstens. Und das habe ich mehr oder weniger ernst genommen. Tatsächlich hat es in mir so etwas ausgelöst. Ich will mich erst ein Buch machen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das kann. Und da sind ein paar Jahre in der Zwischenzeit vorübergegangen, bis ich so weit war, dass ich so gedacht habe, jetzt schreibst du mal wirklich Bücher.